Hallo, hier sind wir an unserem Hochregallager, aber nicht nur in unserem Hochregallager, sondern auch bei unserer neuen Küchen Reven LED Produktion. Hier produzieren wir sowas. Nein, nicht Taschenlampen, sondern wie ihr es hier in der Lampe sieht, eine Taschenlampe mit einem LED Chip und genau sowas produzieren wir hier als Reven Küchen LED Leuchte mit ganz vielen solchen Chips. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Jetzt sind wir im Reven Hochregallager, wie ihr im Hintergrund seht und auf dieser Seite unser Hochregallager mit vielen, vielen Komponenten und Waren und auf der anderen Seite von unserem Hochregallager ist Produktion und Endmontage. Und hier im Hintergrund seht ihr eben die Produktion, den Zusammenbau, die Endmontage von unserer, nein nicht Taschenlampe, sondern unseren Reven LEDs für die Küchenlüftungssysteme. Und wie wir das genau machen, das schauen wir uns jetzt zusammen. Hier sehen wir jetzt unseren G4, über den alles hier geht im Hochregallager, Carlos da Costa bei Reven. Ich bin 25 Jahre bei Reven und wo ich zu Reven komme bin, war Carlos schon lange da. Wie lange bist du bei Reven, Carlos? Irgendwas über 30, 2, 30 oder sowas. Okay, Carlos managt das ganze Hochregallager, samt der Endproduktion, die wir hier sehen, von Abscheiderendproduktion, hier hinter wo der Zeuge gerade wirklich, bis eben zu der Reven Küchen-LED, die wir euch heute mal vorstellen wollen. Also alles was ihr hier seid, ist Reven, Küchenleuchte, LED-Produktion und Endmontage. Carlos, an die die Frage, wie fängt es an, was ist der Ausgangsprodukt, kannst du uns das mal zeigen? Ja. Das ist das Leergehäuse, das wir vom Schweißen, von der Produktion herkriegen. Also es wird bei uns hier gestanz, gekantet und geschweißt. Ja. Dann wird das sonst hier angeliefert und wird zusammengebaut. Allerdings vorher natürlich diese ganze Verkabelung, der Gabelbaum und alles wird auch bei uns noch vorbereitet. Und wie man sieht, bestes, hochwertigstes, Edelstahl. Ganz genau. Ja. Only stainless steel. Keine günstige Baumart. Den musst du halt rausschneiden. Ok, und jetzt die Komponente, die reinkommen in das Edelstahlgehäuse, wo fängt es dann an mit der Bestückung? Ja, wo fangen wir rein. Ok. Ok, hier Schritt 1, Carlos, bitte erklär mir was, damit auch ich es lerne. Ja, hier ist unser Philipp, der produziert, sag ich jetzt mal, gerade die Kabelbäume für die Leuchten. Da werden die Kabel auf Längen zugeschnitten und vorgearbeitet und dann entsteht hier ein Kabelbaum. Darf ich mal bitte? Der Kabelbaum ist die Verdrahtung innen in der Leuchte oder so? Die Verdrahtung in der Leuchte. Ok. So sieht es dann aus, wenn der Philipp hier fertig ist. Ok. Und dann geht es einen anderen Schritt weiter. Ok. Wo wir anfangen, die Komponente. Also Punkt Schritt 1. Darf ich jetzt sagen. Der Innenspiegel, der Inlay von unserer LED Leuchte. Der hat, wie ich gelernt habe von den LED Experten, zwei Funktionen. Zum einen das Licht nach außen zu spiegeln. Zum anderen ist er aus einem hochwertigen Aluminium, der die Wärme von den Platinen, auf denen die LED Chips sitzen, ableitet. Wie das jetzt aussieht, zeigt Carlos. Genau so sieht die Einzelplatine aus. Das habe ich vorher in der Einleitung gezeigt. Das ist eine LED-Platine. Ihr seht, hier meine Taschenlampe. Die hat einen gelben Chip. Und die Platine. Eine Platine hat im Vergleich viele, viele mehr. Und zu Platinen kommen ja auch wieder mehrere in eine Leuchte rein. Ok, Carlos. So. So, dann werden die Einzelplatine hier angebracht auf das Innle. Übrigens, ich muss noch einmal die Kollegen vorstellen. Also hier Philipp. Dann haben wir hier wen? Jonathan. Der one and only. Und hier. Der Maxi. Maxi. Und ganz hinten da. Wille. Der Thorsten. Hallo. 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 Sehen wir natürlich der Thorsten. Jesus Maria. Da hat vor lauter LED-Platzinnen gar keine Luft mehr. Ja, aber es gab keine andere dabei. Ist doch gut. Ist doch gut. Das ist im Übrigen gleich zum Produktionsstart haben wir typisch Raven-like. Nichts ist unmöglich. Raven haben wir gleich mit der Sonderausführung für einen Großkunden in Düsseldorf angefangen. LED-Standardleuchte mit einer integrierten Notleuchte, das sind die schmalen Streifen, die sind ausschließlich für Notbeleuchtung da. Richtig, Carlos? Jawohl. Okay, nicht, dass ich was Falsches erzählen kann. Nein, nein, das ist vollkommen wichtig. So, und wenn man das Inlay dann jetzt so weit ab. Und der Herr sprach, es werde nicht und Maximilian kann den Schalter nicht. So leuchtet sie im normalen Zustand. Ist jetzt Normalbetrieb? Richtig. Okay. Und falls jetzt einmal der Strom ausfallen würde, würde die Notbeleuchtung einspringen. Richtig. Zieh schon mal die Hand raus. Aha, das war jetzt der Betrieb in der Notbeleuchtung. Interessant. Sind die meine Garage da im Abofen? Hier ist erst der Puffer-Bereitstellung für die Abdeckungen. Das war auch eine lange Diskussion, was für Abdeckungen setzen wir ein. Glas, Kunststoff, was für ein Kunststoff. Und beim Kunststoff war dann auch noch eine Diskussion, auf was für eine Materialstärke gehen wir. Ihr seht, diese Abdeckungen sind also von der Materialstärke sehr dick. Das ist unserer Meinung nach der beste Kompromiss zwischen Kunststoff und Glas. Glas ist einfach viel zu schwer. Und dann hat man halt in der Lebensmittelproduktion nur noch die Gefahr, wenn was passieren sollte mit einem Glas mit Splitter, das man dann eben bei Kunststoff nicht hat. Und nicht umsonst bei allen modernen Fahrzeugen, Motorrädern sind ja die Scheinwerfer, auch die Abdeckungen aus dem Kunststoff. Und so sind wir jetzt auch auf einen sehr stabilen, sehr dicken Kunststoff gegangen, aber der immer noch viel leichter ist wie Glas, aber aufgrund von der Materialstärke natürlich auch super ausdauernd und wird ja nichts passieren, selbst beim Runterfallen und so weiter. Eine Abdeckung abgezogen, die dann im letzten Schritt verschraubt wird zu den Edelstahlgehäusen. Das ist jetzt von der Baugreuße unsere kleinste, kürzeste LED mit glaube ich 20 Watt haben die, Carlos? Ja, das ist die 20er. Und ja, so sehen sie dann eben aus, wenn sie von der Endmontage fertig sind und verpackt werden, beziehungsweise 10 Produkte von uns dann am Produktionsstandort Ludwigsstraße eingebaut werden. Ja, das ist die Reven LED Produktion. Danke euch für die Infos und wir seien uns auf YouTube. Das ist der Herr Zeuge, der macht hier die Abscheiderendmontage und beim Herrn Zeuge ist ganz interessant auch noch was, auch mit unserer Küchen-LED. Ihr seht diese Box hier oben und mit der Box, da machen wir einen Langzeittest. Da lassen wir eine LED-Leiste ein Jahr lang laufen. Wir überwachen permanent die Leuchtstärke, ob irgendwas ausfällt und eben die Standzeiten von allem. Weil eben diese Standzeiten mit 10.000 Stunden, 20.000 Stunden bei uns wirklich auch gegeben sind und wir überprüfen es. Also ihr seht hier, haben wir im Mai einen Langzeittest gestartet und in der Box läuft die LED-Leuchte bis Mai 2022. Und über das Ergebnis werden wir dann im Blogartikel berichten, allerdings erst im nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.